Als nächsten Schritt möchte ich ganz kurz eingehen darauf, was ist denn ein gutes Lernvideo? Also wir haben auch sehr viel in der Literatur gegraben und so weiter, man findet gar nicht so viel darüber, was denn gute Lernvideos sind. Das Wesentlichste ist meistens, eine gute Erklärung ist eine gute Geschichte. Das heißt, Sie wollen ja unterhalten werden bei solchen Videos. Ich habe ein kleines Beispiel dafür, ich darf das vorlesen. Also eine sehr traditionelle Definition zu OER wäre, offene Bildungsressourcen nennt man im deutschsprachigen Raum, im englischsprachigen Raum, Open Educational Resources oder kurz OER. Damit werden Lehr- und Lernmaterialien bezeichnet, die so lizenziert wurden, dass sie frei verfügbar und einsetzbar sind, im besten Fall sogar auch modifiziert wiederveröffentlicht werden dürfen. Ja, das ist jetzt eine Definition und wenn wir aber in einem Video arbeiten, dann wollen wir Geschichten hören. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel dazu. Die Trainerin Theresa sucht für einen Sportclub Lernvideos, die sie im Unterricht einsetzen möchte. Sie recherchiert daher gezielt nach Videos, die entsprechend lizenziert wurden und deren Nutzung grundsätzlich erlaubt ist. Bei manchen Videos sind sogar Veränderungen erlaubt und solche Materialien heißen dann offene Bildungsressourcen oder im englischen Open Educational Resources oder OER. Sie sehen, das ist der Unterschied. Der Unterschied, wir machen also aus dem eigentlichen Text noch eine Geschichte und visualisieren das vielleicht entsprechend dazu, um also auch Bilder zu erzeugen und die Zuseher und Zuseherinnen eben an, also das Video zu binden. Sehr wichtig sind aber ein paar andere Punkte. Es sollte ein klares Ziel geben, ein klares Lernziel. Also was lernen die Zuseher und Zuseherinnen mit diesem Video? Eben diese Geschichte sollte es geben. Vielleicht passende und sehr anschauliche Visualisierungen, also nicht etwas, was überhaupt nicht zum Thema passt. Es soll auf keinen Fall ablenken, sie sollen ja im Fokus bleiben. Eigentlich sollten auch Personenaufnahmen grundsätzlich reduziert werden, weil also sie kennen mich jetzt zum Beispiel und ich brauche nicht ewig im Bild sein. Und natürlich, ich sollte Wichtiges immer wieder betonen, herausstreichen oder eben vielleicht zusätzlich einblenden, damit man also einen Marker hat, an was man sich auch tatsächlich erinnern sollte. Wichtig aber bei allen guten Lernwieders neben der Geschichte Unterhaltung darf sein. Sie wollen natürlich auch länger dabei bleiben und nicht einschlafen und daher ist es auch ganz wichtig, über die Unterhaltungskomponenten nachzudenken. Gut, und als letztes darf ich Ihnen jetzt den sogenannten Lernvideo Canvas vorstellen. Wenn man also jetzt die Idee hat, ein Lernvideo zu erstellen, dann ist es natürlich sinnvoll, es nicht einfach loszustarten, sondern sich zuerst also grundsätzlich Gedanken zu machen zu dem Projekt, didaktische Überlegungen anzustellen, also sehr wesentlich, und vor allem auch ein Drehbuch zu schreiben. In vielen Schulungen, die wir zur Erstellung von Lernvideos machen, geht es gar nicht so sehr um die Erstellung, die Machart des Lernvideos, sondern zuerst einmal darum, was möchte ich damit bewirken und ein Drehbuch dafür entwickeln. Im Zuge der Drehbuchentwicklung bestimmt sich da meistens also die Machart. Und wir haben für das eine sogenannte kleine Hilfestellung entwickelt, einen sogenannten Canvas, wir bezeichnen das als Lernvideo Canvas, um also sehr schnell einen Überblick zu bekommen, was man braucht, um so ein Video zu erstellen und wie man das strukturiert, also aufbaut im Prinzip. Zunächst also sehen Sie hier auf der linken Seite ist zu klären, an wen richtet sich denn das Video. Das heißt, bei uns die Zielgruppe ist. Die Zielgruppe Ihrer Schüler und Schülerinnen im Alter von 10 Jahren, von 15 Jahren oder von 30 Jahren, das ist natürlich ein großer Unterschied im Prinzip. Und daraus ergibt sich natürlich auch die Frage, an welches Vorwissen knüpfen Sie an didaktisch? Also was können Sie voraussetzen, dass Ihre Schüler und Schülerinnen können? Und wie wird denn dann mit diesem Lernvideo gelernt? Also wie soll es grundsätzlich eingesetzt werden? Es macht natürlich einen Unterschied, ob Sie das für einen Flipped Classroom für Online-Learning oder Erklärend im Unterricht zum Beispiel verwenden. Dann natürlich eine sehr wichtige Frage, wie werden Sie denn angesprochen? Die Zielgruppe für Kinder brauchen Sie zum Beispiel eine andere Ansprache als natürlich für Erwachsene. Wenn Sie das geklärt haben, die Zielgruppe, ist also der nächste große Punkt die Zielsetzung. Das heißt also, was sollen die Lernenden im Anschluss können, wissen, was müssen sie machen, was sollen sie machen mit diesem Video? Das heißt, was wird geklärt? Also die Frage oder das Problem ist aufzugreifen. Was muss damit gesagt oder auch geschrieben werden? Was muss man zeigen? Was muss visualisiert werden? Damit man also versteht, also im Prinzip, wie das Ziel am besten erreicht wird. Wenn man das geklärt hat, geht es dann weiter, im Einzelnen auch über die verschiedensten Dinge nachzudenken. Das heißt, über die Veröffentlichung. Das heißt, wo wollen Sie das denn veröffentlichen? Geht das auf YouTube oder bleibt das auf Ihrer lokalen Festplatte? Dann natürlich auch die Lizenz. Das heißt, wie werden Sie dann das fertige Produkt lizenzieren? Das ist bereits jetzt deswegen sehr wichtig, weil wenn Sie es zum Beispiel sehr offen lizenzieren wollen, als Open Education Resources, müssen Sie andere Basismaterialien bei Bildung verwenden, also wenn Sie es geschlossen lassen. Wo ist der Produktionsort? Ist es zu Hause, in einem Studio, ist es im Klassenzimmer? Und brauchen Sie auch Material von anderen? Das heißt also von Dritten, Personen oder auch von irgendwelchen Büchern und Sonstiges. Danach ist natürlich zu klären, welche Technik möchten Sie verwenden? Sind Sie also eher mit einer Kamera unterwegs? Verwenden Sie Ihren Computer, Ihren Tablet, Smartphone, Internet? Und wie möchten Sie sich vielleicht, wenn Sie sich selbst filmen, darstellen? Ist es die totale, die halbtotale? Ist es eine halbnahe Aufnahme, eine Großaufnahme oder italienisch, dass man so wirklich ganz groß nur meinen Kopf sieht? Und wenn diese Punkte im Lernvideo Canvas einmal geklärt sind und eingefüllt sind, dann geht es im nächsten Schritt darum, ein Drehbuch zu konzipieren. Und das Drehbuch schaut bei uns also immer wieder sehr einfach so aus. Wir verwenden eigentlich Tabellen, wo man ganz links eine sogenannte Szene beschreibt. Dann beschreibt in der zweiten Spalte, was passiert denn jetzt eigentlich? Das ist die Anweisung quasi für den Kameramann, für die Kamerafrau, mit was Sie da jetzt rechnen muss. Und dann gibt es den Text dazu. Der Text, der meistens auswendig gelernt wird oder im Prinzip auch eingesprochen werden kann, wenn man selbst nicht im Bild ist. Und dieser Lernvideo Canvas, den finden Sie natürlich jetzt auch in diesem MOOC. Der ist offen lizenziert. Den können Sie auch gerne in der Schule und so weiter einsetzen bei Kindern, um also quasi strukturiert an das Problem Lernvideo heranzugehen.